Liebe Genossinnen und Genossen, nach dem schriftlichen Bericht des Parteiverstandes ist es jetzt meine Aufgabe, euch einen kurzen Bericht des Nebenparteitag und Parteivorstand dritten Organs unserer Partei zu geben, den Bericht des Bundesausschusses. Der Bundesausschuss hat sich erstmals im Januar 2008 konstituiert und sich im Januar dieses Jahres in erneuter Zusammensetzung zusammengefunden. Vor diesem Hintergrund verstehen wir den Bericht an dem Parteitag auch als einen Rückblick auf die erste Amtszeit unserer Arbeit. Zur Erinnerung, der Bundesausschuss ist laut unserer Satzung das Organ der Gesamtpartei mit konsultativ, Kontroll- und Initiativfunktion gegenüber dem Parteivorstand. Er fördert und unterstützt das Zusammenwachsen der Landesverbände in den neuen und alten Bundesländern. Ein schriftlicher Bericht liegt euch im Antragsheft 2 vor. Lasst mich kurz auf ein paar Aspekte der Arbeit eingehen, die die Partei etwas stärker beschäftigt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, der Bundesausschuss schließt in seiner Zusammensetzung an die Erfahrungen mit dem Länderrat der WSG und dem Parteirat der PDS an. Er setzt sich in erster Linie als Vertreterinnen der Landesverbände zusammen. Hinzu kommen Vertreterinnen bundesweiter Zusammenschlüsse, Mitglieder des Parteivorstandes und Vertreterinnen des Jugendverbandes. Insgesamt 86 Mitglieder mit beschließender Stimme. Hinzu kommen Mitglieder mit beratender Stimme. Aus seiner Mitte hat der Bundesausschuss ein sechsköpfiges Präsidium gewählt, welches den Ausschuss in der Partei vertritt. Sowohl in der ersten als auch in der jetzigen Amtszeit waren bzw. sind im Präsidium je drei Genossen aus den westlichen und drei aus den östlichen Landesverbänden vertreten, was sich auf die Arbeit immer ausgesprochen positiv ausgewirkt hat. Allein schon in seiner Zusammensetzung ist der Bundesausschuss eines der Arbeitsgremien unserer Partei, in dem das von vielen geforderte Zusammenwachsen bereits ganz praktisch stattfindet. Damit meine ich zum einen das Zusammenwachsen zwischen Ex-WASG und Ex-PDS, aber auch das Zusammentreffen von Ost und West in der Diskussion und dem Austausch. Und zum anderen, das ist fast noch spannender, das Aufeinandertreffen von einerseits Berufspolitikerinnen und andererseits rein ehrenamtlich aktiven Genossen oder auch von Vertreterinnen der Landesverbände zum einen und der Zusammenschlüsse zum anderen. Für den Bundesausschuss kann ich sagen, dass die Grundlage für das Zusammenwachsen die politische Arbeit bildet. In der Erfüllung unserer gemeinsamen Aufgaben besteht der wichtigste Teil unseres Weges zu einer Partei, in der das Verbinden der Stärke wiegt, als die Unterschiede. Ich denke, dass dies eine der wichtigen Erfahrungen aus der Arbeit des Bundesausschusses ist, die wir der gesamten Partei mitgeben sollten. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich einige Schwerpunkte unserer Arbeit in den letzten zwei Jahren skizzieren. Der Bundesausschuss hat sich sehr oft und sehr ausführlich mit der Anerkennung bundesweiter Zusammenschlüsse beschäftigt. Zusammenschlüsse gelten nach unserer Satzung erst dann als bundesweit, wenn sie in mindestens der Hälfte der Landesverbände über eine entsprechende Basis verfügen. Nur wenn das Quorum der acht Landesverbände erreicht wird, gilt der Zusammenschluss als bundesweit und erhält besondere Rechte gemäß Satzung. Die Vertretung auf den Parteitag und eine entsprechende Berücksichtigung im Finanzplan der Partei. Die Acht-Länder-Regel sollte verhindern, dass rein ostzentrierte Zusammenschlüsse der früheren PDS einfach nur weiterwursteln, ohne sich der neuen Herausforderung zu stellen und ohne sich auch praktisch für Neues zu öffnen. Ausnahmen von dieser Acht-Länder-Regel kann nur der Bundesausschuss beschließen. Dem Bundesausschuss lagen gleich zu Beginn seiner Amtszeit stapelweise entsprechende Anträge vor. Fast ausschließlich von vormaligen PDS-Zusammenschlüssen, darüber haben wir hart gestritten. Um nicht missverstanden zu werden, wir haben nicht darüber gestritten, ob uns das Engagement der Genossinnen und Genossen in den Zusammenschlüssen wichtig und wertvoll ist. Nein, vielmehr ging der Streit darum, ob wir durch eine vorzeitige Anerkennung kleiner Zusammenschlüsse als bundesweit eher deren Arbeit fördern oder nicht noch eher den bundesweiten Aufbau erschweren. Es gab die Position, man solle solche Anerkennungen sehr unbürokratisch handhaben. Es gab gegenüber sehr restriktive Positionen, eine Ausnahme müsse eine Ausnahme bleiben. Und es gab schließlich unterschiedliche Versuche, eigene Maßstäbe zu entwickeln. Letztlich hat sich mehrheitlich eine restriktive Herangehensweise durchgesetzt. Wir haben nach intensiven Beratungen als Ausnahmen gemäß Satzung folgende Zusammenschlüsse als bundesweit anerkannt. AG-ethnische Minderheiten, AG-selbstbestimmende Behindertenpolitik sowie die AG-Agrarpolitik und ländlicher Raum. Die letzte Ruhe übrigens mit einer sehr knappen Entscheidung. Dass wir mit unseren Verfahren nicht ganz falsch gelegen haben, beweist die Tatsache, dass viele der von uns abgelehnten Zusammenschlüsse zwischenzeitlich in acht oder mehr Ländern über Basisstrukturen verfügen und damit gewissermaßen aus eigener Kraft bundesweit geworden sind. Ein zweiter Schritt unserer Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen, war die Vorbereitung der Europaliste. Laut Satzung ist es unsere Aufgabe, der Bundesvertreterinnenversammlung zur Aufstellung der Liste für das Europäische Parlament einen Personalvorschlag zu unterbreiten. Dieser Aufgabe sind wir als Bundesausschuss auf der Vertreterinnenversammlung in Essen gerecht geworden. Der Personalvorschlag, den wir euch dort unterbreitet haben, ist nach intensiven Beratungen entstanden. Zwei gemeinsamen Sitzungen des geschäftsführenden Parteivorstandes mit den Mitgliedern des Präsidiums folgte eine lange Bundesausschusssitzung, in welcher wir Platz für Platz des Personalvorschlages wählten. Es gab in dieser Sitzung einen breiten Raum für die Vorstellung der Kandidatinnen, für Nachfragen an diese und für Statements. Inklusive der häufig notwendigen Stichwahlen war es ein vergleichbares Prozedere wie letztlich auf dem Listenparteitag in Essen. Das hat zur Kritik geführt, zum einen wegen des doppelten Prozederes, zum anderen deshalb, weil damit die Personaldiskussion in Essen deutlich vorstrukturiert war. Manche fand das undemokratisch. Aber seien wir ehrlich, liebe Genossinnen und Genossen, ein Vorschlag für die förderen Plätze hätte dem Parteitag auf jeden Fall vorgelegen. Der Regelung der Satzung verdanken wir, dass es nicht nur der Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden oder des geschäftsführenden Parteivorstandes war, sondern ein Vorschlag, an dem über den Bundesausschuss die gesamte Partei in ihrer Breite beteiligt war. Das hat ein gewisses Maß an Transparenz geschaffen. Dass es dabei, was das Verfahren im Detail anbelangt, beim nächsten Mal Verbesserungspotenziale gibt, ist allerdings auch unbestritten. Gerade hinsichtlich von Personaldiskussionen sind wir ja in einem ständigen Lernprozess. Liebe Genossinnen und Genossen, ebenfalls in Vorbereitung der Europawahlen im letzten Jahr wurde innerhalb des Bundesausschusses eine Arbeitsgruppe Europa gebildet, die sich mit europapolitischen Themen beschäftigte und deren Ergebnisse in die Diskussion um unser Europawahlprogramm eingeflossen sind. Wir haben als Bundesausschuss jährlich den vom Parteivorstand vorgelegten Finanzplan diskutiert und beschlossen. Darüber hinaus wurden verschiedene Resolutionen verabschiedet sowie Anträge behandelt. Darunter auch die vielen vom Bundesparteitag an uns überwiesenen Anträge. Wir haben die Satzungskommission der Partei gewählt und über Kampagnen der Bundespartei entschieden. Liebe Genossinnen und Genossen, laut Satzung ist der Bundesausschuss das Organ der Gesamtpartei mit konsultativ, Kontroll- und Initiativfunktion gegenüber dem Parteivorstand. Darüber hinaus berät und beschließt der Bundesausschuss über grundsätzliche politische und organisatorische Fragen. Gerade mit Blick auf diese vielfältigen und gewichtigen Aufgaben des Bundesausschusses gab es immer wieder auch Diskussionen, inwieweit wir als Bundesausschuss diesem Anspruch in unserer ersten Amtszeit gerecht werden konnten. Und sagen wir es mal so, es gibt aus unserer Sicht tatsächlich noch Möglichkeiten, unsere Arbeit zu verbessern und uns als Bundesausschuss innerhalb der Partei besser aufzustellen und deutlicher zu positionieren. Wir tagen künftig viermal jährlich und damit häufiger als bisher. Wir werden intensiver die Arbeit des Parteivorstandes begleiten und kontrollieren und wir werden darauf drängen, auch für Arbeitsgruppen der Partei ein Senderecht zu erhalten. Obwohl unsere Sitzungen öffentlich bekannt sind, steht der Bundesausschuss natürlich gewöhnlich, nicht so im Blitzglichtgewitter der Medien wie Parteivorstand und Parteitag oder gar die Bundestagsfraktion. Damit können wir leben. Schließlich können sich die Genossinnen und Genossen und Sonstige interessiert ja heutzutage im Netz über unsere Arbeit informieren. Ein bisschen verknatzt waren wir aber schon, dass wir mehrfach im Gebäude des neuen Deutschlands tagten, wir aber dennoch der doch recht parteinahen Zeitung nicht mal eine Notiz wert waren. Auch hier gibt es noch Verbesserungspotenzial, selbstverständlich in unserer Arbeit, aber eben auch in der Öffentlichkeitsarbeit des Karl-Liebknecht-Hauses. Es wäre zum Beispiel vorstellbar, dass künftig ebenso wie nach jeder Parteivorstandssitzung, auch nach jeder Tagung des Bundesausschusses eine Pressekonferenz folgt. Dies als kleine Bitte an unsere beiden neuen Bundesgeschäftsführerinnen. Herzlichen Dank.